Ah! Skill. Oh, der Pisaka konnte das, ne? Lichthomer. Weil er ja jemanden am Leben lässt. Vor einer Weile ist er gar nicht in den Yuyuki-Park gegangen. Gott sei Dank war es dunkel. Naja, so gut schießt du nett aus. Ah, shit, nicht schon wieder dieses Tunnelgelaber. Oder geht die Eier? Oh! Hallo! Schließe dich mir an! Nein, nicht fliehen! Ah, fuck! Ich hab' vergessen, dass ich in die andere Richtung drücken muss. Äh. Na gut. Und keine Sorge, ich hab' schon gesehen, dass ich was vergessen hab. Wir müssen doch nochmal zu dem Händler zurück. Oh! Bei 5 könnte ich doch wieder... Halbherrn-Kette! Yes! Genau was ich wollte. Also bei 5 oder 6 krieg ich das meistens. Diese LEDs sind so geil. Gibt ja eigentlich mehr LEDs. Ich hab' den Verdacht, er hat ein Meer. Ich hab' den Typen, den ich nicht überreden wollte. Was soll das? Hör' auf, dich selber umzubringen. So ein Scheiß. Wie ihr sich halt einfach selbst absmuckst. Oh! Nein! Falte! Ja, gut. Na super. Oh, hallo! Ähm. Egal, hauen wir drauf. Oh ja, die Säcke haben Vergeltung. Ich weiß nicht, ob die gegen Kraft sind. Ja, ich hab's gewusst! Ich weiß nicht, ob die gegen Kraft sind. Ja, ich hab's gewusst. dann eben so also die geben 1000 da ist ja noch mal einer ah fuck ja ich muss mich eh heilen da lohnt sich wenigstens mit ihr da machen warte mal die sind alle stumm jetzt wo schlange in der garage kraftschaden sehr gut nein ich fliehe warum mache ich das was soll das ich hasse es ich muss da rechts drücken das sind so Momente wo man sich am liebsten selber schlagen würde oh ist das ätzend ja komm da mit noch mehr hey wie wärs mit dir willst du mitgehen alter ich hab eh nicht so viel Kohle tschüssi naja dann hauen wir die andere weg der konnte nervensegel alter da gibt es nur 326 das ist ja gar nix das lohnt sich ja nicht mal die umzubringen bin ich jetzt schon wieder bin ich jetzt raus alter ich glaub ich bin rausgekommen vor kurzem ist dir ein schrecklich aussehender Mannequin vorbei gekommen und danach kam eine Menschenfrau komisch normalerweise ist das hier total leer Menschenfrau das kann doch dann bloß die eine sein oder unsere Göttin eine alte die ja unbedingt meiner nachdem ich sie gerettet hab ich schmeiß mich gleich in die nächste Abhängigkeit du gehst jetzt mit das ging einfach das hab ich jetzt nicht erwartet weißt du so, so hat er es gemacht und nicht mit dem Mist dass die Bilder dann abhauen ich mein wenn ich den schon genug in den Rachen schmeiße dann sollten die doch auch sich mit mir anschließen ganzen Feenbeschuss die schreckliche Mannequin kann hier allein nichts ausrichten Alter, da kommt voll der Nebel runter da kann ich durch ok da wenn ich jetzt noch unsere Pixie dabei hätte dann würde ich jetzt ein Magatama bekommen hm ich müsste aber die erste haben ne ich darf sie nicht opfern scheiße zu Hilfe zu Hilfe hier wurden alle einer Gehirnwäsche unterzogen Menequin ist auf der Baustelle aufgetaucht und dann hat er auch noch den Zugang versperrt so dass die Feen draußen in Panik gerieten ist er verletzt? Mist! Sakahagi schließt sich hinein und belegt ihr alle mit einem Zauber unfassbar wie leicht ihm das gefallen ist und dann ist er auch noch den der 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 das der 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 Ich weiß, worauf das Sinn ausläuft. Worte spüren, dass die Stein irgendwo in Yoyogi Park ist. Und jetzt ist alle versuchen, sie für ihre eigene. Ich bin nicht interessiert in Magatsuhi, aber die Stein ist rummert, dass sie den König, sogar die Gäste zu kontrollieren. Als ich diesen König habe, werde ich meine Gäste bekommen. Ich weiß, worauf das Sinn ausläuft. Aber die Stein ist jetzt in jemandem possession. Ich bin nicht sicher, wer. Aber ich kann mich fühlen, dass eine schreckliche Kraft von ihnen ausläuft. Seine Kraft ist so stark, dass ich nicht eine Chance gegen sie bekomme. Aber ich denke, dass du es würdest. Wenn ich dir die Gäste geben werde, den Magatsuhi in der Mitte zu geben, würdest du den Yahiro no Himorogi für mich bekommen? Was? Ist das eine Entscheidung? Warte mal, wo ist denn das? Yoyogi Park 2. Bla 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 bla. No effect? Not happening, Shijima. Let me sink, Musubi. Ist schon erledigt. Danke. Du hast keine Ahnung, wie groß eine Hilfe das ist. By the way, du konntest nicht in den Park, oder? Dann geh das. Es ist die Schlüssel zu dieser lockten Tür. Danke. Wie ist es halt immer so bedeutungsschwanger, alle in irgendwelchen Ecken hocken und sonst irgendwas. Eigentlich habe ich hier nur noch einen verdammten Speicherstand gesucht. Warum sollte jemand sich vor den... Alter, warte, die geben 400? Willst du mich veräppeln? Die geben fast keine EP dafür, einen Haufen Kohle. Wir haben den Sakahagi, dieser Mensch im Raum auf der Südseite, der gehört sicher zu sein. Lakaien. Boah. Jetzt habe ich mich verschluckt. Alter. Ah, leck, ey. Ich habe mich wirklich verschluckt jetzt. Ich gehe mal nach Asagusa. Es wird nicht funktionieren wahrscheinlich, weil wir die erste Pixie brauchen, aber ich hole sie mir jetzt trotzdem, um es auszuschließen. Wenn, dann können wir sie wieder wegopfern. Ich meine, sie wird schon noch die Welt kosten. Willkommen zu der Kathedrale der Schäden. Wo du siehst du? Bist du sicher? Hm. Alles klar. Das wird wahrscheinlich auch nur passieren, wenn ich da reingehe. Äh, wahrscheinlich... Genau, gleich im ersten Moment, wenn ich da drin bin, wahrscheinlich. Äh... Jojo, geht parken. Ja, danach werde ich jetzt dann erstmal aufhören. Alles schon wieder spät. Ich meine, sonst hätte ja irgendwo jemand geschrieben, ich soll... Ich soll einfach bevor ich reingehe, pixie rufen. Oh... Oh ja, stimmt, ist ja auch ne Features. Oh ja, stimmt, ist ja auch ne Features. Oh Gott. 272... Und Chakra-Tropfen. Alter. Ja, hätte mich gewundert, wenn das gewirkt hätte. Das wäre ja... zu einfach gewesen. Sie wegopfern und dann später wiederholen. Sie hat so viel Platz gebraucht. Ich wusste nicht, dass man da plötzlich irgendwann ein Ding kriegt. Mehr Platz bekommen. Also... Wen haben wir denn hier? Einen schwächeligen Jungen? Dann... dünnen wir ein Streichholz. Also gut, Pixies, ihr wisst Bescheid. Kicher wagt, es nur nicht zu treten. Glaubst du, wir fürchten uns vor dir? Wir werden dich eiskalt abservieren. Alter, ihr seid nur Pixies. Die Feen sind alle verrückt geworden. Wenn du ihnen zu nahe kommst, teleportieren sie dich woanders hin. Ah... Okay. Mach mal. Nein? Ich bereichere, in jedem Bereich gibt es eine Plattform, auf die du klettern solltest. Von so weit oben kannst du den gesamten Bereich überblicken und siehst, wo die Pixies sich verstecken, dass sie leuchten. Ach so. Oh! Oh! Weil der hält auch nicht so viel aus. Was soll das? Gletscherstoß! Oh! Alter! Holy fuck! Die Speed zu schwach für dich, oder? Mitnehmen? Du wirst ziemlich vermessen. Dachtest du, dass ich an der Seite von so einem Weichei kämpfe? Na, verdammt das. Ich bin auf jeden Fall zu schwach dafür. Also weg mit dir. Was gibt's hier? Was gibt's hier? Was gibt's hier? Alter, 938. Ja, stark. Das ist mal was, was sich lohnt. Da ist die Plattform und da kann ich mir die Pixies anschauen. Alter, wie ich halt automatisch richtig gelaufen bin, ne? Erst links, dann rechts, dann ganz normal. Da hinten kann ich normal durch. Da ist das da. Und da muss ich ganz hinten rechts durch. Was, warum muss ich überhaupt ganz hinten rechts durch? Hier oben ist auch wie so ein Ruhepunkt. Ja, manchmal hab ich schon drauf. Da bin ich schon, da erschrecke ich schon von mir selber. Und dann gibt's so Momente, wo ich mich einfach nur aufreche umsonst. Funkte am Baustellen mit dem Baugrand. Da befindet sich Sakahaki. Aber von hier aus kommst du dort nicht hin. Ich frag mich ja, warum die Feen grad hier buchen. Ich möchte voll der Drecks laden. Also. Hier ist eine. Das ist ein Ruhepunkt. Passt 1200 Tatsächlich bloß Aber cool, der kriegt mal einiges zusammen Das ist nicht schlecht Die zwei sind's Und dann da geht's durch Ich habe mich schon gefragt, was für ein Dämon hier einträgt Aber bist du nur ein harmloser Junge Seid ihr bewusst, dass dein blindes Vorbretschen Keine Früchte tragen wird So oder so hoffe ich, dass du mich nicht langweilen wirst Pixies, begleitet euren neuen Spielkameraden Ein paar von wegen, bis später perversling Wann bin ich jetzt perversling? Verdammt Der hätte misst die Plattform Erstmal zur Plattform gehen Oh oh Gelatüine Alter, Gott sei Dank Die muss weg Was war denn das jetzt für ein Song? Uuuu Uuuu Oh Halt Kurz warten Kurz warten Komm mach auf 5 Mach auf 5 Wahrscheinlich geht's auf 4 Oh sehr gut Das geht auf 5 Halt Ballenkette Ach verdammt Lebensstein Okay, zu dem Turm muss ich rechts rum Schwer der hier Warum darf die eigentlich immer zuerst? Ja, da hast du einen Scheiß Bestie im Auge Oh oh Zwei? Okay, Gott sei Dank nur zwei Warum können die alle One-Hit-Kills, Alter Das ist doch so eine Grütze Dieses Spiel besteht zur Hälfte Die Hälfte der Skills in diesem Spiel besteht aus One-Hit-Kills Oder Insta-Kills halt Fuck Ich muss dahinter Ja, Alter Wie ich halt das richtig Mit der Wischte Kleinen Drecksäcke Oh Töne die Mit dem One-Hit-Futzen Oh Der Särker Ja Nichts Besonderes Drauf Der braucht's Gib dem One-Star eine auf die Nuss Ja Okay Da ist es die Mitte Und da zweimal links Und zu dem Gegenstand zu kommen Und zu der Truhe Muss ich einmal links und einmal rechts Mitte Zweimal links Und da ist einmal Rechts und einmal links Okay, 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 okay Läuft Läuft Oh, jetzt übertreiben sie es aber wieder Schmeißen sie mich Oh, fuck Du bist neu Der muss weg Ah, Mist, der hält einen Haufen aus Alter, nur sechs von 55 Genau, ich muss links durch Geradeaus Da komm ich gar nicht durch Weil da sind zwei Da ist es genau die Mitte Dann gehen wir nach rechts Daher Aha Boa Sehr geil Da war's jetzt einmal links Und einmal rechts Alter, Jungs Tschüss Zidionia Grüß Erza von mir Das war's jetzt Dann herrs urs S yat Die Das war's dann Aber Es war's dann син Th rivers Schpresso Da我就 Familien Warte mal, macht das eigentlich Sinn? Ich muss 10 MP zahlen für Meditation und kriege ich 80 wieder zurück oder so oder 90? Das macht doch gar keinen Sinn. Chakra tropfen, okay. 5. Heilperlenkette. Saphir. Es sind halt doch jedes Mal andere Sachen drin. Nur beim ersten hat es funktioniert. Tötet den Guilatinen, Mensch. Ne, wir geben wenigstens 500. Oh Mann, wir kommen bei einem Level hoch. Genau, hier war es die Mitte, da können wir bloß da drüben. Und da war es jetzt dann zweimal links. Alter, ab und zu kann ich mir meine Sachen echt gut merken. Ist ja jetzt klass, wenn ich jetzt voll neigrennt wäre. Das ist schon wieder eins. Warten wir mal kurz, warten wir mal kurz, warten wir mal kurz. Ach. Warum trifft es denn... Flucht? Geh, 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 geh. Nein, ach komm. Da sterben jetzt dann zwei, das ist doch scheiße. Warte, warum blockt der eine das eigentlichen und kriegt dann trotzdem Schaden? Das verstehe ich nicht. Das macht doch keinen Sinn. Warte mal, Skill. Wer hatte das? Hat Naga eigentlich irgendwas? Pixie ist nur da zum Pixie sein. Bäris, Bäris hat aber glaube ich auch... Ja, war klar. Ich hätte jetzt aber auch keine Lust ewig zu warten. Hä? Da sind beide Zugröse. Kann ich da drüben so weiter? Hä? Ach, da ist ne Tür. Ich hab jetzt gar nichts sehen. Ich dachte, es geht dann da weiter. Bis hierhin hast du dich gut geschlagen, noch hast du aber mein Lob nicht verdient. Dein Glück endet hier, böser Geist. Meine Truppen werden dich schon einfangen. Besser hätte ich mir diesen Spaß nicht ausdenken können. Oh, jetzt sind's die. Genieße den Walzer und Prunk, für den die Hochpixis unserer Königreich so bekannt sind. Oh, Speicherpunkt. Ja, dann hören wir jetzt hier auch auf. So. Ja, dann sind wir noch ein ganzes Stück weiter gekommen. Ich weiß, ich hab nachgeschaut. Aber ich hab auch keine Lust jetzt da ewig zu suchen. Weil es ist schon... Also manchmal ist es ein bisschen unübersichtlich, wo man hin muss. Man muss natürlich nicht übergeführt werden. Das ist mir schon bewusst. Aber ich hatte halt echt ein, zwei Momente drin, wo ich so dachte... Ja, und jetzt? Vor allem, weil ich ja... Das mit Huapo da vorhin, wo mir dann sagt, Hewakawa ist beim Mantra. Und die hab ich ja vorher gefunden. Und dann war der dann nicht. Das war halt... Ja... Das ist dann blöd, dass du erst das eine triggern musst, damit das andere dann irgendwann kommt. Ja, ja. Ist ja wurscht. Ist doch... Hab ich jetzt gespeichert? Ich glaub ich hab gespeichert, ne? Das würde der glaub ich das nicht machen. Wir machen trotzdem nochmal dieses Zwischenspeicher-Ding. So. Also dann bedanke ich mich an der Stelle ganz herzlich willkommen fürs Zuschauen. Und ich hoffe wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Shin Megami Tensei 3 Nocturne Remastered HD. Extra super duper... Was weiß ich was... Mir fällt jetzt nicht mehr rein. Den Namen wird man noch viel länger machen können. Macht's gut und Servus.